so freunde willkommen zum ersten tag des blutigen kampftoniers heilung wiederauferstehung haben keinen effekt vier sterne alle farben bevor wir anfangen wenn ich einmal ganz kurz die kiste hier aufmachen wird sich dann noch gestern abend ergeben die 20 wir brauchen loot wir brauchen loot achso ja defensiven habe ich gerade schon vorher einmal ganz kurz geguckt wurde schon angegriffen aber man sieht ja da wir viele embleme auf vier sterne jetzt haben das verstehe ich nicht mit zwei heiler darin soll mich nicht wundern so hier zyprian wir brauchen jemanden der gegenschlag weg macht hier sind zwei rote also ich würde sagen wir nehmen erst mal drei gelbe mit gegenschlag auch für wukong weg machen dreimal gelb zwei blaue drei gelbe zwei blaue jetzt ist natürlich die frage drei gelbe drei gelbe wäre zum beispiel die beiden und wo ist der dritte gelbe gretel vielleicht und wenn man keine heiler mitnehmen können das habe ich ja keinen der der gegenschlag entfernt bei den gelben das heißt wir müssen irgendwie eine farbe mitnehmen wo gegenschlag entfernen können das wäre zum beispiel grün mit catmon die einzige variante na mit gretel können wir es theoretisch stoppen wenn wir gretel vorher an start kriegen entfernt noch irgendjemand das heißt es ist ein grün nicht ja melendor ja aber heiler und so ne weiß er weiß er auch eigentlich wollte ich ich will nicht da haben ich will catmon da haben ach ich wollte blau mit ach so blau ja doch geht doch auch sonja ich wollte auch blau mitnehmen dann nehmen wir ihn mal mit und die sonja so wenn wir ihn schon auf 19 emblem haben dann soll er auch kämpfen so sonja für gegenschlag und für wukong gretel eventuell wenn wir glück haben auch zum blocken okay gegen easy so gelber diamant machen wir auch direkt die frage ist wollen wir den schon auslösen mit den auslösen dann haben wir unsere drei geladen und könnten wahrscheinlich eine seite wegkriegen wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt ne dann machen wir das ich würde gerne eigentlich diese seite wegkriegen aber wegkriegen wir sie noch nicht ne aber gut dabei lila diamant will ich nicht weil ich will die blauen haben die gelben rüber haben wir hier die blauen immer noch ja sonja hält aber einiges aus da ne weiß das ich will ja nichts dem zufall überlassen ganz ehrlich aber sie kann ausweichen ja deswegen gehen wir mit dem hauptmann dahinten mal zu kormek hat auch nicht gereicht ey weil ich ihn ja eigentlich nur auf diff gemacht habe ne natürlich ein bisschen doof ähm versuch noch mal schaffste jawohl jetzt überlege ich gerade ob ich mit äh mit sonja warte ich lasse mal buchon auslösen noch verfehlt haha so ok greckel hat es auch überlebt wundern mich ein bisschen das ist ja relativ relativ schwach eigentlich was die werte jetzt die grundwerte so angeht aber umso besser melindor melindor wukong sturm ok das ist also hier die mitte die macht nix die sind eigentlich nur da um zu zeigen guck mal ich habe embleme drauf denke ich also auch wieder gelb wichtig man weiß das ja jetzt mal machen hier so der moment ist gekommen nehmen wir sie beide mit so für die beiden gelben außen ne ok der vorteil ist wir können in melindor reinspielen da passiert erstmal nichts deswegen die umfang auch da kriegen die nur den attack ab also erstmal primär in melindor rein sehr schön nehmen wir mal den gelben diamanten direkt so gefährlich ist tiburtus weil er den deathdown auf alle macht deswegen gehen wir da erstmal hin auf die seite da sehr schön so was jetzt machen wir das erstmal ok das ist ja nix aber ich würde gerne mal meine beiden tiburtus an den start kriegen ja jetzt können wir das Szenario uns mal angucken einer bumm der andere drauf bumm ok war schön war sehr schön oh Gretel ist schon wieder vielleicht überlebt es diesmal auch noch wir können den machen weil Lee löst sowieso aus Gretel überlebst du das oh Gretel du wirst du wirst du wirst da wohl nicht Gretel nach Ausgewicht nein Gretel überlebt wieder geil geil der scheiß ok ach ja like a boss ok mit Borel brauchen wir wieder ähm Boni Entfernung weil er auf alle ist oh Ingolf ätzendes Gift ei 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 also grün und gelb grün und gelb ok drei grüne die beiden gelben bleiben drei grüne drei grüne das bist du wieder da kommst du auch mal ins Spiel so jetzt ist schon wieder ach ja hier nehmen wir hier unten haben wir noch ein paar nehmen wir Hänsel mit so mal eben gucken Catmon dafür zuständig dass äh Boni entfernt werden schwierig wenn wir keine grünen kriegen ne was soll's man lebt nur einmal ja so gelb und grün sehr schön guck mal haben wir eine schöne Kombo hier unten so dann nehmen wir die gelben so Nebel ist schon mal am das spielen reicht es nicht ok ist aber nicht schlimm weil wir haben bald Catmon spielen die jetzt extra so damit wir hier die grün kriegen ne oh Nebel ach ja stimmt die in der Mitte haben ja gar nicht gekriegt genau wegen Nebel ah ja ok super hab ich jetzt grad gar nicht dran gedacht ähm das war clever von mir das war clever so erstmal Boni entfernen hier überall den Gegenschlag jetzt können wir uns überlegen wir machen erstmal Li und gucken dann wie das mit dem Mana hier so aussieht dann ja ich würde dann in Ingolf spielen ist der langsam oder was ist der ja der ist langsam ja das ist doch in Ordnung dann machen wir Almur da drauf Ensel hier drauf so nehmen die machen hier mal ein bisschen Platz oh Nebel ist aber schade hat Gretel besser gemacht sollte reichen jawohl ok so dann gucken wir mal hier dass hier gelb mitkommt oder hier grün hoch ok ja das ist jetzt nicht so super hm nochmal Hoffnung auf gelb jawohl dann nehmen wir den grün das ist nicht cool Pro Toys lass das ach shit erst Almur jetzt ist es weil ich jetzt weil ich nicht Almur ganz nach links gepackt habe ja dann mache ich direkt den Fehler weil ich immer denke ich habe die so angeordnet dass das von links nach rechts geht wird direkt wieder bestraft die Faulheit am Anfang so muss ich mir jetzt gleich muss ich gleich richtig stellen sonst äh passiert mir das wieder ah genau komm 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 mit Special so like a boss ah jetzt nicht so like a boss ja da waren wir der Boss ähm Wukong Rigaat und Sturmfang ok da brauchen wir nur jemanden der Boni entfernt das ist dann wieder Catmon in dem Fall passt auch hier mit der Sonja Flanke dann würde ich zwei grüne und drei lila mitnehmen so dann nehmen wir Almur raus Hänsel bleibt so oh Steinspalte oh wir haben ja noch Steinspalte hm ich spiele mit Amitrine hier entfernt er auch Boni wenn jeder dem wie ähm wie voll sie geladen ist ne bei einem bei drei bei allen das passt eigentlich auch Catmon entfernt Hänsel kann das eventuell blocken je nachdem äh wie das mit den Steinen aussieht so ich bin tatsächlich geneigt obwohl ne warte mal wenn wir die grünen hier spielen kommen die hoch und wir haben ein Dreiermatch unter Wukong drei grüne unter Rasselkop macht jetzt auch nicht so viel ok mal gucken mhm na das ist äh ein bisschen schwierig jetzt hier ne ein bisschen schwierig so die Option wäre die roten hochzuspielen hoffen dass was lilanes kommt und wenn wir die roten spielen bleibt der grüne da der rote geht da hin das heißt wir haben hier unten drei Optionen dass da was lilanes kommen könnte mit dem lilanen wenn wir das dann so spielen wären zwei in Wukong und er wäre weg so hier was er mir vorschlägt wenn hier dann würde wenn überhaupt hier ein lilaner kommt dann bräuchten wir noch äh andere Züge hier na dann blau da dann hier blau das bringt mir nix ich mach das hier mal ok perfekt jetzt können wir auch eigentlich die drei hier spielen machen wir so ok ähm ähm ghosten mal ok 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 irgendwie mach ich mir das lila match dann kaputt aber die grünen bleiben trotzdem unter so vier äh unter sonja ok 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 so dann ähm gucken wir mal so ametrine machen wir mal dahin ok dann holen wir uns die grünen und gucken dass wir rasselkopter rauskriegen dann haben wir die seite zum ghosten und es sind nur noch die beiden heiler da ähm so soll er ruhig soll er ruhig machen so wir müssen jetzt gucken da haben wir unsere lilanen ok ich hab das Gefühl die beiden die botus die kriegen ganz schön schnell am sack ne also die sind relativ schnell immer runter mit dem leben kann mich auch täuschen aber den eindruck irgendwie ok so hier lila dann combo mit rot ah schön grün auch noch ok hasta la vista hier war es wichtig erstmal die die hitterseite rauszunehmen ja weil dann die beiden heiler da da passiert nicht viel so buchel wieder buchel wieder die beiden grünen das ist in ordnung jetzt haben wir hier zwei grüne das heißt wir nehmen rot zwei zwei rote und dann könnten wir blau nehmen aber ich würde eher sagen wir bleiben hier in der in der mitte dass wir schnell die die seite da also hier die in die mitte freikriegen das heißt wir nehmen hier drei rote mit haben wir auch heute noch nicht gehabt rot also wir nehmen gormek mit mhm so überlegen ja Summle ja Summle ist langsam weiß ich nicht Kohlen ist auch langsam ich bin auch nicht von überzeugt Wilbur geteilter Schaden macht keinen Sinn mit Catmon der nimmt dann den geteilten Schaden weg ja also Catmon und Wilbur zusammen macht keinen Sinn ja versuchen wir es mal so so Lancelot habe ich auch richtig neben zwei anderen ja Verbünde Benachbarte Verbündete und so das passt auch ja wir müssen wieder auf grüne hoffen ja ja lass uns mal gucken ok warum ich habe mich ja jetzt ich habe mich ja extra zurückgehalten ich bin ja mittlerweile geistig müde was dieses Spiel angeht was das mit mir macht ja warum kriege ich jetzt hier eigentlich so wieder einigermaßen gute Boards mit denen man gewinnen kann und im Krieg von dem Krieg ist es wieder nicht ich weiß nicht wieso so jedenfalls rot grün zack grün die kriegen wir nicht zusammen wir könnten dann hier spielen aber dann haben wir hier lila wir können wir können wir machen das so so ist am besten so ist am schönsten ich würde gerne erst noch mit dem Diamanten warten so ist was ist er jetzt er ist ach jetzt sehe ich seit wann sehe ich denn die ach er hat keine ah er hat keine Embleme deswegen sehe ich die Klasse nicht ja ok ja stimmt er hat ja nichts ich wollte nämlich gerade gucken ob er irgendwie ihm hier widerstehen kann machen das so ok das war jetzt ein bisschen uncool aber gut so dann grün Attacke ja da kommen natürlich dann auch die richtigen steine hoch ja also was läuft dann was ist sie jetzt hier kostümmodus sie hat gar keine Embleme ok dann hast du jetzt auch kein special dann kümmern wir uns hier mal um almur mit den roten so und so ok mhm mhm der falke falke in the winter soldier da hätte ich blau mitnehmen müssen dann hätte es gepasst ja ok ja guck mal einmal so was einmal so was im krieg bitte ja ich melde es an sowas hätte ich gerne dann auch mal im krieg also weiß ich nicht wenn diese beschwörung nicht ja dann wird das alles anders aussehen also wäre ich wäre ich jetzt würde ich keine neuen helden kriegen oder so die ich aber im moment eh nicht leveln kann also eigentlich auch dumm den werden wir verkaufen äh ja ne hier recyceln nichts mehr gut 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 dann ähm gucken wir nochmal im Eimer ob sich was getan hat ne witzig bei meinem Glück dann in dem Fall wenn man einmal auf E ist ja 0 1 kann es jetzt auch sein dass das bis zum dritten Tag so bleibt ja gut letzte Turnier war ja gut mal gucken wie wir jetzt abschneiden ähm bin gespannt vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns dann äh später wieder mit dem mythischen Titan ja der ist ja auch äh angekommen hier den gucken wir uns dann äh später also macht's gut ciao